Guck mal. Wenn er dabei bin, weil... Ach Gott, du bist so ein Troll-Jünger. Guck mal, 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 guck mal. Ich guck doch schon. Oh man, Junge. Es sind tausende Bäume. Ja, ich brauche was zu essen. Höchstens einer draus. Ich brauche was zu essen, ganz dringend brauche ich was zu essen. Nur so nebenbei, ich bin neun. Ja, er ist neun, neun Jahre alt, oder was? Ach so, neun Jahre alt, alles klar. Du bist keine neun Jahre alt. Christo bist so ein Troll-Jünger. Und noch ein Herz. Du bist gar nicht... Was? Der Raff zeigt auch gar nicht, was ja gerade das Lustige ist. Okay, also wir haben jetzt leider das Problem, dass wir keine Viecher... Da ist ein Oktopus, aber der gibt uns leider nix zu fressen. Ein Oktopus, die gibt auch Milch, oder? Die kann man melken. Mit einem Eimer kann man die melken. Kannst ne reinbeißen. Hat man irgendein... Was, was, was? Erzähl weiter. Hallo? Hat irgendeiner mal Bear Grylls gesehen? Nein. Nein, wir haben alle noch nie Bear Grylls gesehen, Christ, noch nie. Noch nie? Nein. Und jetzt erzähl mir noch einmal, Oktopusse kann man nicht essen, und erzähl mir noch einmal, man muss sie kochen, bevor man sie isst. Der Typ nimmt einen Oktopus in die Hand, beißt rein, und dieser Oktopus lebt noch und saugt sich in seiner Speiseröhre fest. Und sein Kommentar ist einfach nur, mhm, that's high in proteins. Ja, das... Ich guck den Typen immer, deswegen bin ich auch so seltsam. Oh, Mann. Hallo. Alter, ich brauch unbedingt was zu essen, ich brauch Frischfleisch. Lass mich durch. Ich brauch Fleisch. Ich brauch Fleisch. Ey, Marlon. Alter, wenn heute Nacht irgendwas an dir knabbelt. Alter. Ja, vor allem, weil du gerade bei mir bist, ne? Nein, ich meine in-game. Im Spiel. Achso, ja, wir werden... Nein, wir gehen nicht schlafen, Mann. Alter, ich kann nicht sprinten gerade, selbst mit Doppel-W. Ich hab irgendeine Taste gedrückt. Ja, ich... Ich muss eh irgendwann von meinen... Alter, kann man Schafe essen? Und den Dings, ne? Kann man Schafe essen? Pfff. Du kannst die töten. Die hinterlassen, glaub ich, Kotelett oder sowas. Ich weiß nicht, also... Doch, die hinterlassen Kotelett, glaub ich. Früher haben sie's nicht gemacht. Ich brauch mal einen Ofen. Alter, also ich geh jetzt... Alter, hier sind Creeper, Zombies, hier ist alles. Oh, ein Schwein. Also so... Ja, Mann, ich geh jetzt auf... Ich geh jetzt auf Zombitch, ja. Zombitch? Alter, wir brauchen erstmal ein Schwert. Hat einer von euch irgendwelche Fackeln? Wow, ich werd angegriffen. Ich werd angegriffen. Leute, ihr wisst schon, dass ich... Von wo werd ich angegriffen? Ihr wisst schon, dass... Hallo? I'm undertax? Oh, scheiß, mich greift ein Zombie an, Marlon. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Okay. Ey, ich werd angegriffen! Hier ist gar... Ach so, ich hab... Ich hab Hunger. Ach... Ach du Scheiße! Wir verrecken, wenn wir Hunger haben. Ja, ach was! Nein, du verreckst nicht. Das geht... Doch. Doch. Nein, man verreckt nicht. Ich hab... Ich hab null Hunger und ich lauf schon seit 5 Minuten. Tommy hat mir grade Fleisch gegeben. Soll ich das essen? Ja, mach das. Nein, das ist Rotten... Nein, 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 nein! Das ist Rottenfleisch, das zieht dir Leben ab. Nein, ich hab's grad eben gegessen. Das ist verrottetes Fleisch. Das hat mir Hunger gegeben. Echt? Okay, das ist komisch. Normalerweise ist das vergammelt. Also jetzt hab ich so grüne Leben. Ich hab jetzt grüne Leben. Ja. Verrottetes Fleisch. Hast du Pech gehabt? Wahrscheinlich bist du ein Zombie. Er ist ein Zombie, wir müssen ihn töten. Okay. Dann bringen wir ihn um. Ähm... Ich will mal grad diese 6 Dings hier brennen. Hä? Was ist da grade in Skype passiert? Leute, was Leute. Ach so, ich wurde schon wieder angerufen, ey. Ey, was? Schon wieder, ähm... Calvin? Du bist rot grad rausgegangen. Alter, wo hast du denn Eisen gefunden? Ja, uns doch nicht. Äh, der Calvin ist jetzt grade raus. Ähm... Schade. Wo denn unten? Wie meinst du? Ja, ich bin... Ich hab mich doch runtergegraben, um Steiner zu fahren. Ja, ich hab leider keine Kohle. Ach so, ja gut. Ich hab nur zufällige Eisen... Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Komm, wir gehen jetzt auf Zombie-Jagd. Nein, man, ich muss erst mal irgendwas... ...farmen. Ich brauch vor allem mal was zu essen und sowas. Also ich hab ein Schwert. Äh... Ich werd mir jetzt auch direkt ein Eisenschwert machen. Ja, das sind meine Eisenteile. Okay, ich nehm nur... Ich nehm erstmal nur zwei. Ich wusste gar nicht, dass man Holz auch nehmen kann. Du kannst übrigens Holzkohle erschaffen, indem du Holz unter Holz legst, glaub ich. Ach nee. Okay. Nein, du musst... Das eine muss Wurt sein und das andere muss ein Wurdenplank sein. Okay. Ähm... Was brauch ich denn? Ich bräuchte mal... Weil wir uns grad mal schnell Holzkohle machen. Hast du irgendwas zu essen, Alter? Hm? Nein. Ja... Ja... Wir bräuchten... Wir bräuchten... Irgendwann auf diesem Server machen wir uns ne Farm, okay? Good idea. Wann... Und... In der... Sich folgen... Ich geh mal runter, ein bisschen steine so... Aber ich leck halt so hart, dass einfach die Blöcke sich die ganze Zeit wieder... Teleport... Zurück teleportieren. Och man, ey... Und eigentlich der andere Troll hin. Ich glaub der ist... Oh mein Gott. Also irgendwie finde ich... Wir benutzen das Wort Troll irgendwie zu oft. Na egal. Ich finde das Wort gut. Troll des Jahres. Ich mein Wort des Jahres. Irgendwann ist der andere Troll, Junge. Okay, ähm... Das sind alle Trolle, Alter. Nur deine ganzen Freunde sind Trolle, da muss ich einfach abfinden. Nein. Ich finde es wird einfach real niedrig, dass diese Blöcke die ganze Zeit zurückkommen. Hey, weißt du was? Das wird mich voll aufregen. Mhm. Ich guck mir das Ganze jetzt mal an. So, das werd ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Oh, aber nicht. Was gönnst du dir? Ich will mir gönnen, was du für'n Shit machst. Ich werd irgendwie... Ich hör grad Helikopfer-Geräusche. Ach ja, Chris. Gut, dass du keine Halluzinationen hast. Ich hör dir, ich hör grad Helikopfer. Mhm. Und ich bin deine Mutter übrigens. Ja, ähm... Nicht aus Starcraft, sondern aus Minecraft verabschiedet. Irgendwie... Und das ist einfach weg. Irgendwie irgendwie Fakt aber grad grad unsere Skype-Verbindung ab, gell? Das geht, also ich... Nur bei dir ist aber mal mal ein Skype... Bei mir ist grad so ein komisches statisches Rauschen. Ein statisches Rauschen. Nee, keine Ahnung. Nee, das ist bei mir nicht, aber ich nehm auch... Ja, das ist ein Vorbild der Zombie-Akupalypse. Die Zombie-Akupalypse? Warum sind die keine Zombies? Lass mal Zombies töten gehen. Hei der Walder, du. Komm, fallen ins Wasser, sehr gut. Thomas Zombie. Ja, du bist auch ein ganz süßer. Okay. Guck, guck dir das genau. Ihr Kollege, ich muss dann nicht, muss auch demnächst mal gehen, gell? Essen und so. Ja, ich muss mir auch mal was zu essen machen. Ja, ich habe niemanden, der mir was zu essen macht. Ich bin aber... Ja, ich muss dann auch, äh, ganz oft gehen. Weil ich... Jetzt oder was? Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, so, ja. Dann... Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Ich beende einfach jetzt in Bernhard. Prinzipiell. Ich beende jetzt in Part, und ich werde jetzt angegriffen, deswegen beende ich den Part doch noch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin mitten auf dem Wasser teleportieren mich mal zu dir. Dann können wir den Part zusammen beenden, okay? Ähm, es geht nicht. Slash tp. Teleportieren mich. Oh, sit down. Oh, sit down. Ne, ich bin nicht Operator, deswegen jetzt nicht. Das mache ich... Okay, ich bin tot. Ich komme zu dir. Na, okay. Wir beenden den Part im Wasser. Genau, ähm, bist du in unterm Wasser, oder? Ja, ich bin jetzt. Hi. Komm, wir gehen. Oben auf dem Wasser. Hier bei, reden wir schon. Hi. Komm, wir gehen noch ans Festland. Drück F5 und... Ja, okay. Drück zweimal F5 und dann können wir beide euch angucken, in die Kamera lächeln und euch sagen, wie doof ihr seid. Liegt hier unter Wasser hier. Nee, geh... Die Sonne geht auf, das perfekt. Ey, wir müssen das vorm Sonnenuntergang, äh, vorm Sonnenaufgang machen. Das ist voll die geile Aufnahme dann. Da ist noch ein Creeper. Okay, wir verraten gerade unseren Trick. Ja, der zählt sein Leben. Der zieht sich einen durch. Komm mal mit. Ja, der ist nur explodiert. Ich weiß irgendwie nicht. Hier übrigens ist Wasser. Man kann hier schön durch unten gucken, wo die ganzen Höhlen sind. Das finde ich extrem scheiße. So ein Bug, aber egal, komm mit dir, hä. So, wir gucken jetzt in den Sonnenaufgang. Ja, wir machen das. Nee, wir müssen den Sonnenaufgang im Rücken haben. Ja, ich weiß schon so. Wir müssen den Sonnenaufgang so. Also Leute, ich geh jetzt ins Menü. Und, ähm, ja. Was gibt's zu sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Part ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen lang. Es werden vielleicht zwei werden, oder auch einer. Mal schauen, wie wir Lust haben. Und, ähm, es geht auch bald schon wieder weiter. Ich sage Peace. Und ich gebe das Schlusswort an den Chris weiter. Und trinkt schön Bier, ne? Ja, also, Minecraft macht mir Bock. Und ich werde mir jetzt erstmal ein Bierchen zischen einfach verlesen kann. Und freut euch auf unsere nächsten... Also, freut euch auf unsere... Ne, nutzlosen Kommentarys auf unsere nächsten sinnvollen Kommentarys auf unsere nächsten Minecraft-Kommentarys. Darauf, wie lustig wir sind und wie cool wir drauf sind. Und, ähm... Peace. Schisset euch auch mal ein Bier. Und mein Mikrofon fackt gerade ab, so. Peace, tschüss. Jo, tschaui.